So, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Info-Video zu LS19 Stone. Ja, heute gibt es eine kleine Info und zwar, viele haben sich gefragt, wann es denn endlich losgeht, sei es in den Comments, sei es in den Diskussionen, jetzt gibt es die Antwort. Und zwar haben wir jetzt ein paar Probleme mit den, mit der Bezahlung, das ist ja was. Ähm, ja, richtig. Ähm, dieses Video wird wahrscheinlich auch bei allen YouTubern, die in unserem Projekt aufnehmen, erscheinen. Also das Video, das ich hier gerade drehe, deswegen nicht wundern, wenn auf den anderen Kanälen ein Video von mir ist. Keine Sorge, ist geplant. Ähm, und, äh, ja, und zwar, haben wir Probleme mit der Bezahlung des Servers, denn Vitrado war zur Zeit scheiße am Dampfen. Ähm, es funktioniert zur Zeit nicht alles so, wie es funktionieren soll. Deshalb werden wir jetzt auf G-Portal wechseln, ähm, und deshalb, ähm, suchen, sind wir auf der Suche nach einem Investor, bedeutet, wenn du Kohle hast. Nein, ähm, nee, Spaß. Ähm, ja, wie gesagt, wir sind einfach noch zur Zeit am gucken, wie wir das Ganze machen mit, ähm, der Bezahlung des Servers. Und sobald wir Neues wissen, ähm, gibt's natürlich wieder eine Information, sei es in einem Video oder sei es in einem eigenen Video, also sei es in einem Video mittendrin oder in einem eigenen Video, für, äh, extra diese Information. Wir werden mal schon sehen, aber Leute, ich danke euch, dass ihr hier ganz kurz in diesem Video reingeschaltet habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns doch das nächste Mal wieder. Tschüss und ciao, euer Mofo. Tschüss.